Nein, 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 nein! Oh Gott! Ich will Meldenbomber spielen, sofort! Oh! Ich hab schon wieder die Secret Rappen. Okay, das macht natürlich Spaß. Da bin ich eine Runde dabei. Not you. It's the other one. It's the other guy. Where is he? Where is he? Where is the other guy? There he is! There he is! Nein, nein! Are you kidding me? Scheiße! Fuck, man! Egal, jetzt geh ich aber. Schlank mal jetzt mit euch, du! Also, was haben wir denn hier noch? Oh, Mörder ist nicht schlecht. Ähm, sollen wir vielleicht mal andere spielen? Auf einer brasilianischen, äh, Server, äh, Instanz. Ja, machen wir Zombiesurvival. Auf einem Mutzischen Server! Zombiesurvival! Das dauert mir schon zu lang. Äh... Stop it, Slender! Stop it! Please stop it! Ach, aber wenn ich das spiele, dann ist ja niemand da. Ah, jetzt ist ja vielleicht ein Bot dabei. Hilfe. Ah. Ah, das ist schon echt fett gemacht. Ich hab ein bisschen Angst. Aber hier sitzt keine richtige Slender dabei, oder? Nein. Please, thank you, please. Es spielt nur in dieser Garage. Oh, schon hab ich eine Seite. Hello? Hello? Madam? Oh, Slenderman-Bot? I. Tja, Bots können ja nichts. Bekannt, aber... Oh Gott! Oh Gott! Oh, ist das laut! Oh, Bots können ja nichts. Zum Glück. Geh weg! Nein, nein. Wo? Du! Hab dich gesehen? Ja, ihr habt dich gesehen. Pissner. Alter! Alter, Alter! Warum? Geh weg! Nein! Es hört nicht auf! Alter, geh weg! Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Alter, Alter, Alter! Hey! Voll unfair! Jetzt bin ich Slender, oder was? Ah, es ist niemand da. Jetzt kann ich mir ganz allein mal die Map angucken hier. Sehr schön. Sehr schön. Ich hab mal mit Quaqua kurz gespielt. Das ist doch das... Das ist die gleiche Map hier. Ja, das ist das, was ich mit... Oh nein! Der Bot! Aber ich muss sagen, die Atmosphäre ist echt fett. Also dafür ist es nur so, ne? So eine Garry's Mod. Mod. Aber... Allein schon, wie man da so steht. Und er atmet und wackelt und so. You can't say anything! You can't say anything! Aber der Bot hat mich ganz schön hart gebumst grad eben, finde ich. Also das war... Schon ein bisschen übertrieben. Ich finde, er sollte nicht so... Ne? Nicht direkt... Aber er ist alles aufleuchtet hier! Leuchtparty? Oh je! Slender, bist du da unten irgendwo? Ähm... Ja, aber das ist was für... Muss man mit mehreren spielen, ne? Das sind ja auch wirklich die Menschen, die... Die... Der Slender sind mal. Und nicht irgendwie immer hier, äh... Bot. Aufm Klo verschanzen ist immer eine gute Idee. Naja... Eschmull Kacke! Anscheinend ist der Bot behindert. Schon mal nicht schlecht. So, ich würde sagen, wir haben genug gespielt! Man, sind denn hier keine Seiten? I can't understand this! Where are the sights? Ah! Slender Girl! Klar! Klar! Er ist in mir drin, Mann! Eff! Pops war behindert, oder? Auf einmal steht er in mir drin! Ist halt schwul! Das ist gar nicht mal so cool, wie es aussieht! Ich will noch einmal gucken, wie viele Seiten ich bekomme! Also hier draußen ist einer! Zack! Ja! Er steht neben mir! Fick dich Slender! Ja! Gefällt dir das? Hä? Schlemplein! Aua! Puh! 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 Ich glaube, wenn ich ihn mit der Rechtsdixer anleuchte, ist er irgendwie... Geschädigt! Nein! Bisschen behindert! Also als Quack-Quack-Quack gespielt habe, war das nicht so komisch, so extrem irgendwie! Aber egal! Äh, naja, so weit, so gut! Deeds-Connected! Putsi-Putsi! Port-Connected-De-De-De-De! Es ist zwar ein bisschen survival, dass es da nur einen Server gibt, finde ich schon ganz schön schwach! Ich würde gerne Melon-Bomber spielen, aber ihr seht ja, wie viele tolle Server ich hier finde! Ich geh mal drauf, guck mal! Ich such mal ganz kurz ein paar Melon-Bomber-Server im Browser! Ist der hier da? Tschau-Tack! Puh, días у gånger Milo startsmachet-M yearly! Ja,acun auf! Wir haben den Saat! Vielen Dank.